So, trag dich hier ein. Ach, ich muss erst einen Test bestehen. Ich hab doch nicht studiert. Sei nicht albern, du musst doch lediglich deinen Namen da reinschreiben. Ach so, okay. Also, wenn ich bitten dürfte... Nicht hinsehen. Geschafft. Na wunderbar, hier ist dein Zimmerschlüssel. Ich bräuchte Hilfe für meine Koffer. Wo hast du die her? Du weißt doch jetzt seit gerade eben, dass hier ein Hotel ist. Ach, hier ist ein Hotel? Au, Mann!